Hallo, ich habe eine Frage, wie ist denn Ihr Alltag als schwanger Junge? Also, eigentlich ist das gar nicht so schwer, weil ich gehe, also manchmal, da mache ich so meinen Freitag, ich gehe einkaufen. Sie können doch alles verkaufen? Was kaufen Sie denn? Also, das übliche. Energy Drink, Cola, Pizza, Kuchen, Kepelchips. Hey, du hast es noch! Eine Frage, bin ich denn gemobbt? Hey, du Fettel, komm hier. Hä? Nein, was soll es von mir? Wie, du? Wie, ich bin Fett! Ich glaube, ich bin nicht mehr, nein. Haben Sie denn nie gesehen, dass sie so Fett sind? Äh, nein, denn ich kann ja, also, ich habe so einen Orkan und etwas komisch, wenn ich meine Bock rein ziehe, Ich komm so mal. Jetzt komm, Tissi. Ist sie nicht? Ja, ist nichts. Die kommen. Wo war das? Dann machen sie sich mal wieder schwanger. Okay, aber das ist etwas schwerer. Hm? Ja. Ja. Oh. Na? Kein Problem. Na dann, komm später. Ja. 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 Vielen Dank.